Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11972 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich teste Fitnessübungen im Metaverse. Das wird der neue Trend. Ich teste Fitnessübungen im Metaverse. Das wird der neue Trend. Der Sportlehrer ermutigt die Schüler, ihre Ausdauer durch verschiedene Übungen zu stärken. Der Sportlehrer ermutigt die Schüler, ihre Ausdauer durch verschiedene Übungen zu stärken. Der Sportlehrer ermutigt die Schüler, ihre Ausdauer durch verschiedene Übungen zu stärken. Im Deutschunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler ständig neue Wörter für ihren Wortschatz. Im Deutschunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler ständig neue Wörter für ihren Wortschatz. Brauchst du ein ärztliches Attest für die Krankenversicherung? Brauchst du ein ärztliches Attest für die Krankenversicherung? Brauchst du ein ärztliches Attest für die Krankenversicherung? Fortschrittliche Bildungssysteme legen Wert auf kritisches Denken und Problemlösung. Yoga ist auch für Senioren gut, um das innere Gleichgewicht zu finden. Die Frau mit der Baskenmütze lehnt an einem weißen Hocker. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.